In IT Sachs verbirgt sich ja schon vom Namen her zwei Sachen, nämlich IT und Sachsen. Und das ist auch das, was uns im Endeffekt ausmacht. Wir kommen hier aus der Region, wir wollen in der Region auch weiterbleiben, sind hier schwer verwurzelt und wir sind ein IT-Unternehmen. Das ist schon mal ein Grund, warum IT Sachs prima zu uns passt, so wie es in IT passt. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Partnerunternehmen vorgefunden, was sehr gut gemanagt ist, auch von der Community IT Sachs her. Da kann man sich austauschen, da kann man gemeinsam Projekte machen vielleicht sogar, aber zumindest auch über Themen reden, die jedes Unternehmen halt im Alltag vielleicht auch ein bisschen schmerzt. Ob es die Personalrekrutierung ist oder ob es die Personalentwicklung ist. Es gibt immer Themen, wo man sich austauschen kann und da ist ein sehr, sehr nutzbringendes Netzwerk entstanden, was wir auch sehr gern auf der einen Seite unterstützen, auf der einen Seite aber auch nutzen. Wenn ich an IT Sachs denke, haben wir auf der einen Seite natürlich Bewerber bekommen über den Kanal IT Sachs. Ganz wichtig ist auch das ureigenste Interesse dieser Community. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge an PR-Effekte gehabt. Also man findet uns deutlich besser im Netz zum Beispiel. Auf der anderen Seite ist eine sehr, sehr schlagkräftige Community entstanden, die wir gern nutzen. Das sind alles Vorteile, die diese Community oder dieser IT Sachs-Gedanke mit sich bringt. – Boo! – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020